So, wir haben hier eine Neuheit von Fenix, die LR40R, die Lampe ist vorgestellt worden an der IWA in Nürnberg, in Deutschland, wie wir jetzt hier sehen, sehr intensiver Spot, wo kann er separat auch noch das Flutlicht aktivieren, ist hier von dem her sehr sehr praktisch bei dieser Lampe, ist aufladbar, via USB-C wird betrieben von vier Stück 18650er, hier in der Mitte sehen wir den grossen Reflekt mit dem Spotlicht, also dann können die separaten LEDs für das Flutlicht, hier die verschiedenen Stufen, Spotlicht haben wir 1000 Raum, Maximum, Flutlicht 11000, 576 Meter Reichweite, so sieht die Lampe hier aus, ähnlich wie die TK75, gebe ich dir natürlich separat, dann eben Spot- und Flutlicht, wo wir individuell einstellen können, die Lampe ist tailstand fähig, und wird voraussichtlich dieses Jahr 2019 gegen Sommer erscheinen, wenn ihr weitere Infos wünscht, dann findet ihr mehr unter www.phenix-schweiz.ch, merci fürs Zuschauen.